Das Familienunternehmen Wimberger Haus ist in Oberösterreich Markt- und Themenführer für individuelle geplante Häuser in massiver Ziegelbauweise. Ausgehend vom Firmensitz im Müllviertel hat Wimberger Haus sein Standortnetz durch solides Wachstum erweitert. Im Anschluss an ein Pressegespräch erfolgte jetzt die offizielle Eröffnung des 5. und 9. Standortes in Niederösterreich in Dreismauer. Es freut mich, dass man in Niederösterreich jetzt wirklich in bester Lage einen neuen Standort und eine neue Filiale eröffnen haben dürfte. Ihr großer Vorteil ist ja, dass sie aus Ziegelbauten errichten. Ziegel ist ein Baustoff mit langjähriger Tradition, also zigtausend Jahren und dementsprechend in der Zukunft. Er ist wertbeständig, er ist nicht brennbar, er bittet beste Wärmedämmenwerte und der große Vorteil war, man kann individuell bauen. Das ist ein Riesenfaktor. Aber auch nicht nur in Neubau ist der Ziegel interessant, sondern auch für Zuh- und Umbauten. Gerade in meiner Generation ist es auch oft, man kriegt das Elternhaus, dann ist es aber nicht so geplant, vor 30 Jahren ist es nicht so geplant, wie man jetzt lebt. Man will aufstocken und wieder zubauen und das ist mit dem Ziegel leicht realisierbar und auch das machen wir. Auch Zuh- und Umbauten sind wir natürlich auch sehr froh, wenn wir das realisieren können. Das Land freut sich über Betriebsansiedlungen? Natürlich, weil es ein Ausweis dafür ist, dass wir ein dynamischer Wirtschaftsstandort sind. Wir freuen uns, dass ein Unternehmen aus Oberösterreich kommt und damit den ganzen Ostraum für sich als Markt entdeckt hat. Wir freuen uns natürlich, dass es ein KMU ist, weil es auch dadurch in der Bedeutung wird und in der Bedeutung klar wird, dass die kleinen und mittleren Unternehmen unser Rückgrat ziehen im Wirtschaftsleben und im Arbeitsmarkt leben. Selbstverständlich erfreulich. Zum Ersten ist Wim Berger ein solider Familienbetrieb, der seit vielen Jahren in Oberösterreich erfolgreich tätig ist, möchte hier im Zentralraum Niederösterreichs Fuß fassen. Dressmauer hat die besten Voraussetzungen hier im Herzen Niederösterreichs und dafür werden wir auch unsere Kräfte mobilisieren, dass wir auch hier seitens der Stadtgemeinde ein verlässlicher Partner sein können. Neben der Individualität der Häuser gibt es aber noch einen Kostenfaktor. Man kann sich selber einbringen mit seiner eigenen Arbeitskraft. Ja, richtig. Bei uns hat der Bauherr die Möglichkeit, selber Hand anzulegen. Das ist einerseits kostenmäßig einfach, dass er sein eigenes Budget im Griff hat. Er kann beim Rohbau mithelfen mit seinen Verwandten, mit den Bekannten, mit den Freunden und dementsprechend beim Rohbau das Budget um bis zu 25 Prozent senken. Von uns kommt ein Facharbeiter, der das Ganze koordiniert, der sich um die Leute umschaut, der die Leute einteilt, der schaut, dass das Material rechtzeitig da ist, was man braucht. Und so läuft der Bau qualitätsmäßig ohne Abstriche genauso weiter. Andererseits ist es auch oft der emotionale Faktor ein wesentlicher Punkt, der sagt, hey, ich will bei meinem eigenen Haus einfach Hand anlegen. Ich will immer sagen, das Haus habe ich gebaut. Und das ist wirklich sehr wichtig. Und von den Ausbaustufen, wie Sie erwähnt haben, wir bauen von Rohbau weg bis zum schlüsselfertigen Haus. In allen erdenklichen Ausbaustufen. Wenn Sie sagen, nur Rohbau, den Rest machen wir selber, fallen wir sich genauso. Und wenn Sie sagen, das Haus ist außenfertig und innen machen wir selber, ist das auch kein Problem. Oder wir machen schlüsselfertig, je nachdem, wie Sie wollen. Und wenn Sie einen guten Draht zu einem Installateur haben, dann können Sie das selber machen, das andere machen wieder mehr. Also in allen Varianten sind wir sehr flexibel und individuell auf unsere Kunden abgestimmt unterwegs. Vielen Dank.